Boah, hat der in die Schnauze gekriegt. Den habe ich ein bisschen auf Shoreline geschossen. Ruhig, 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 da geht's schon los, Leute, da geht's schon los. Yeah, okay, okay, okay. Hey, would you like to get the airdrop? Yeah, big kill. Okay, komm, komm, komm. Ey, cover me, cover me, cover me, bro. Jetzt hat er mich angeschossen, die Drecksau, Junge. I have it, I have it, come, 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 come. Come with me, come with me. Good job. Good job, man, good job. Ey, meint ihr, der holzt mich um? Der holzt mich bestimmt um, der Sack, ne? Scheiß, ich brauche noch was zum Healen. Oh. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Bro, can you say Hype Train? Hype Train. Thank you, man. Kiss, kiss. Much love, much love. Hehehe. Er macht dich da einen Trick! Hehehe. 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 Er hat's nicht gemacht, Alter, ich brech weg. Hehehe. 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 Bewegt sich. Kommt er zu dir runter? Ich glaube, der steht auf der Treppe. Geh kleine mittlere Treppe hoch. Okay. Ja, der ist mit. Jetzt wo? Er ist neben mir. Ich lenke ab. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice, Bro. Ich komm oben, zwei. Oh, wenn das zwei sind, bitte beschütz mich und komm her. Ich, ich push oben lang. Ich push oben. Ich mumble. Alter, der Helm hat so getankt, also ich brauchte vier Schuss. Schön gegen dem Helge Flank. Dach-Trippe ist sauber. Hehehe. 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 Vor uns. Bitte. Hehehe. Das war fucking Santa, alter. Nee. Oh man. Bro, ich bin einfach zu krass. Vielleicht gleich nochmal ein bisschen rein snipen, da ans Lager. Oh, an der Brücke geht einer. Er wiggelt. Weihnachtsmann? Ja, na. Komm, nochmal das Gäff. Erschieß mich doch nicht. Erschieß mich doch nicht. Ach. Ach. Das bist du? Ja, sicher. Mit dem gereden wollen. Und jetzt hast du den umgebracht und dann... Hä? Warst du der Zweite? Ja. Ja, wieso schreist du denn nicht? Habe ich doch. Oh mein Gott. Oh, getroffen hast du nicht. Oh nein. Erschieß mich doch nicht. Erschieß mich doch nicht. Erschieß mich doch nicht. Hast du dich hingelegt? Oh. Ich sehe ihn nicht. Direkt vorm Lieferwagen. Du musst nachladen. Nice. Einer? Seid ihr gute Freunde schon geworden? Hallo? Da ist noch einer. Oh mein Gott. Hast du ihn? Ne. Ja. Warte bitte. What? Ich bin doch schon komplett über den Platz gefiegt. Wo kam er denn jetzt her? Nee. Ja. Willst du den jetzt hack nicht? Hast du alles gefunden? Mhm. Gut. Dann weiter oder? Oder hast du noch einen Termin hier? Mhm. Rechts stand er. Hab ihn. Ich hab nichts von dem gehört man. Hab mich Fops genommen. Oh mein Gott. It's the crew! Wo seid ihr? Kommt was Gartentor? Boah! Hat der in die Schnauze gekriegt. Dein Backflip gemacht. Oh! Den hab ich bis nach Schorlein geschossen. Back to Lombie Bro. Boah, endlich mal was gut gemacht ey. Da hast du ein Mule dabei oder? Jep. Hier rennt was. Von außen an uns ran. So wie der andere kam? Das sind wir unten. Nee. Oh oh. Geht nicht mehr. Ich komm erstmal hoch. Der ist äh... Die sind da unten. Der hat irgendwas schnellfeuermäßiges. Ich fühle mich benachteiligt. Der ist unten auf der Terrasse. Beim Pool. Stand jetzt aufm Platz oben. Strom. Down. Nice. Richtig schön verarscht den Bro. Gut gemacht. Gut. Gemacht. Ja, kann sein. Er haut mal eben hier so... Guck mal, er hier, alter! Was tut denn da, Kollege? So lecker! Ey, die Glock nehm ich mit. Ich bin tot. Digga, die Karmerschelle des Grauens direkt in die Fresse. Egal, ich hab Bitcoin in der Tasche. Digga, das ist... Skev, ne? Normaler Skev. Was? Normaler Skev. Ich schwöre dir. Normaler fucking Skev-Bot. Der hatte... M855. Der hat's gedacht, alter, du lass, alter, du lass, mach mein Boss kaputt, alter, komm her. Der hat der Powermider. Und nochmal drauf gespuckt. Je gelber das Telefon, desto hallo. Warte, warte. Ich hab noch einen. Den muss ich auch kommen. Zur Feier des Tages. Weil ihr geil seid. Je nuller die Uhr, desto Mittag die Nacht. Ohne Scheiße. Wenn ihr den... Ich glaub, den versteht ihr nicht. Den verstehen nur Leute, die 24 Stunden lang wach sind. Leute, dann würd ich sagen... Wir beenden... Diesen Stream... Laut... Und durchgeknallt. Mit einem... Dicken... Ballern in den Chat. Ballern, Ballern in den Chat. Ballern in den Chat. Ballern in den Chat. Eeeeeehh... Musst du ballern in den Chat. Okay, jetzt dürft ihr mal richtig hart rein spammen, Leute. Danke für alles. Geil, dass ihr da wart. Sehr, 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 sehr geil. Ich mach Tarkov jetzt aus. Hab ich alles abgeholt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Hey, einfach zurücklehnen und genießen, Leute. Es war mir eine Ehre, ohne Scheiß. Genau so werden wir dieses Jahr hier starten. Mit Schwung. Denn es wird nicht kalt, nass und hart. Sondern laut, geil und mit einer Prise Abfahrt. So, ich denke, ich kann jetzt, oder? 25 Stunden durchgestreamt. Danke für alles, Chat. Ich hab euch alle lieb. Bleibt gesund. Macht keinen Scheiß. Und benehmt euch.